Merry Christmas, meine Lieben! Ja, die Weihnachtstante Sonja hat natürlich auch was mitgebracht. Geschenke, Geschenke, Geschenke! Denn darum geht's bei uns heute. Also, schwingen wir uns bei Santa Claus auf den Rücksitz und schauen uns eine Schlittenfahrt aus der Weihnachtsmann-Perspektive an. Rauf auf den Schlitten und los geht die Fahrt! Oh, Bescherung, Bescherung! Und ich hab auch ein Präsent bekommen! Oh, ein Ken, den hab ich mir schon seit Jahren gewünscht! Na dann wollen wir mal ein wenig mit ihm spielen! Äh! Ach, sind wir doch mal ehrlich, über die Feiertage wird man ja ganz schnell träge. Die ganze Zeit nur futtern, Fernsehgucken und faulenzen. Doch, meine Lieben, damit ist jetzt Schluss! Auf geht's zum Gehirnjogging! Oh, na hört, dieser Rudolf! Du, du, du! Kein Wunder, dass der Weihnachtsmann sein Rentier nach dieser Aktion entlassen und jemand anderes vor den Schlitten gespannt hat. Weihnachten ist ja auch die Zeit der überquellenden Kühlschränke. Und, meine Lieben, Sie haben ja gar keine Ahnung, was da abgeht da drin, wenn die Tür fest zu ist. So, für alle Cineasten gibt's jetzt ein ganz besonderes Weihnachtsschmankerl. Matrix, mal ganz, ähm, neu reloaded. Liebste, ich hole dir die Sterne vom Himmel, erzählen die Männer uns Mädels ja gerne. Hm? Und? Hat's schon mal einer gemacht? Ja eben, er hier ist nämlich der einzige verliebte Kerl der Welt, der wirklich hält, was er verspricht. Und, meine Lieben, ich hole dir die Tür fest.